Hallo ihr Lieben, hier ist wieder euer Wolleplanet und wir machen eine 3D-Figur. Diesmal wollen wir ein Herzchen machen. Dafür benötigt ihr die ersten Teile und diese schauen so aus. Zwei von den kleinen und zwei von den größeren. Wir bringen nun die kleinen Stücke auf die größeren Stücke. Diese sitzen genau in der Mitte darauf. Also bekleben wir jetzt das kleine Herz komplett. Und legen es in die Mitte. Und drücken das gut an. Das gleiche noch einmal. Das kleine auf das größere. Okay, das sollte euch nicht unbedingt passieren. Schnell noch da rauf bringen. Jetzt den Leim wieder weg machen. So, das Stück ist jetzt drauf. Beide Stücke schauen jetzt gleich aus. Die beiden. Den Leim muss ich dann erstmal wieder runter bekommen. So, das ist jetzt vorn und hinten. Legt die erstmal beiseite. Und jetzt die letzten Teile. Und das sind drei von diesen. Sehen alle gleich aus. Und die bringt ihr jetzt auch aufeinander. So, einfach alle drei übereinander. Wir fangen mit dem ersten an. Wieder komplett bekleben. Und bündig darauf setzen. Und gut festdrücken. Und jetzt noch das dritte darauf. Nehmt gleich das geklebte. Da das jetzt ein bisschen dicker ist, lässt sich das Stück besser. Und das letzte darauf. Und nun braucht ihr wieder eure anderen Stücke, die ihr gerade geklebt hattet. Und die setzen wir jetzt auch einfach in der Mitte darauf. Klebt jetzt hier die Umrandung. Und genau in die Mitte setzen. Und wieder gut andrücken. Jetzt dreht ihr das Herz. Nehmt euch euer anderes geklebtes und macht genau das gleiche wieder. Die Umrandung kleben. Und auch wieder in die Mitte. Da richtig festdrücken. Und schon ist euer Herz auch fertig. Ich wünsche viel Spaß beim Nacharbeiten. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. 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 còn